Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Auch wenn es im Hintergrund vielleicht noch nicht so nach Schnee aussieht, waren wir langlaufen. Und zwar im Osterzgebirge, oder besser gesagt in Holzhau, auf der Floßgrabenläube. Und was wir dort erlebt haben, zeige ich dir im Video. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020